Ja, Thilo Schwarz, Werksleiter Festool. Ich erzähle jetzt nichts mehr zu Festool, weil das haben Sie jetzt schon gehört, was wir so machen. Ich möchte heute mit Ihnen ein bisschen über das Thema Führung sprechen und Cutter im Zusammenhang mit Führung. Es war sehr interessant, heute zuzuhören, vor allem bei den Fragen. Und ich versuche, nochmal drei Highlights rauszugreifen, die ich heute für mich mitgenommen habe. Das ist einmal das Thema Standards. Wir hatten heute Morgen die Diskussion mit dem Keil. Ich will Ihnen einfach ein bisschen berichten, was haben wir beim Thema Standards gelernt. Zum Zweiten das Thema Coaching im Zusammenhang mit Führung. Der Coach, die neue Rolle der Führungskraft. Was heißt das? Und zum Dritten, wenn die Zeit noch reicht, möchte ich Ihnen ein bisschen erzählen, wie wir bei der Einführung der Cutter vorgegangen sind. In der Agenda steht ja, die Cutter richtig einführen, wobei ich mit richtig immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe. Was ist schon richtig und was ist falsch? Es ist schwierig zu sagen, was wäre gewesen, wenn wir es anders gemacht hätten. Für mich ganz persönlich in diesem Thema sehr spannend. In den letzten Jahren der Stellenwert des Themas Führung. Und ich muss sagen, die Definition von Führung hat sich zumindest für mich in den letzten Jahren geändert. Ich sehe Führung heute vor allem unter den zwei Punkten, die Sie hier in der Überschrift sehen. Führung heißt Herausforderung, Richtung geben und Fähigkeiten entwickeln. Und mein persönliches Highlight dabei ist, dass das eben heißt, dass wir uns in der Führung vor allem mit dem Faktor Mensch beschäftigen müssen. Das ist eigentlich trivial, aber ich bin vom Hintergrund her Ingenieur und meine Frau ist Lehrerin. Und ich war immer der Meinung, wir haben zwei völlig unterschiedliche Berufe. Und ich hatte auch eine sehr feste Meinung davon, was von diesen beiden Berufen natürlich der bessere Beruf ist. Das ist ja klar. Und ich muss sagen, das hat sich in den letzten Jahren für mich deutlich geändert. Ich habe auch angefangen, ich bin Laie in diesem Thema, habe angefangen, mich mit dem Thema Pädagogik, mit dem Thema Psychologie, Gehirnforschung zu beschäftigen. Und dann war das ab und zu so, wenn ich dann durchs Werk gegangen bin und solche Coaching-Zyklen gemacht und dann vielleicht parallel ein spannendes Buch zu diesem Thema gelesen habe. Und gesagt, ah, heute, jetzt ist mir wieder was klar geworden. Da haben wir jetzt richtig was Neues rausgefunden. Und dann kam ich nach Hause und habe das erzählt und dann sagte meine Frau, ja, also, sorry, aber das wissen wir Pädagogen jetzt schon seit mindestens 60 Jahren. Es ist ja schön, dass ihr Ingenieure jetzt langsam da auch mal drauf gekommen seid. Also insofern, das hat die Sache dann immer wieder relativiert. Und wir haben eben gehört, dieses Bild mit der Komfortzone, Lernzone und der Panikzone, dass wir auch sehr viel verwenden, ist mindestens schon 100 Jahre alt. Und insgesamt in dem Thema, das wir heute diskutiert haben, zum Thema Lernen, Fähigkeiten entwickeln, glaube ich nicht, dass das Problem ist, dass wir nicht in der Wissenschaft wissen, wie das funktioniert. Das Problem ist vielmehr, dass in den vielen Unternehmen oder in den meisten Unternehmen so wenig davon bekannt ist und noch weniger davon angewendet und geübt wird. Wenn wir in das erste Thema Standards gehen, wir haben heute Morgen schon dieses bekannte Rad des Kaizen gesehen. Dass wir hier den Berg mühsam nach oben rollen, so mit viel Schweiß. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass der Berg nicht nur steil ist, nein, der wird hier auch immer noch steiler. Und wenn der Berg da immer steiler wird, dann stellen wir fest, am Anfang ist es vielleicht leicht, dann wird es schwieriger. Verdammt nochmal, wir brauchen einfach mehr, wir brauchen mehr Verbesserung. Wir brauchen mehr Wirkung. Was heißt das? Ja, wir müssen mit mehr Leuten daran arbeiten. Also einer, vor allem so im Zentralteam und einmal im Monat einen Workshop, der kriegt das nicht hin. Wenn wir noch mehr Leute beteiligen, dann müssen die auch die Fähigkeit dazu haben. Wenn die die Fähigkeit dazu haben, dann müssen die auch die Motivation haben, daran mitzuarbeiten. Und der Herr Hurekiri hat das in der Production Systems 2008, war das glaube ich, auf eine schöne Formel gebracht. Er sagte, der Erfolg ist gleich, E für Erfolg, ich kürze das hier mal ab, ist gleich Fähigkeit mal irgendwas, fügen wir gleich ein, mal Anzahl der beteiligten Mitarbeiter. Und hier sagte er, das ist das Thema Motivation. Und vielleicht halten wir uns das einfach mal so im Hinterkopf, es geht um Fähigkeit, mal Motivation, mal Anzahl Mitarbeiter, mit denen es uns gelingt, in dieser Art und Weise zu arbeiten. Jetzt schauen wir mal kurz, wie wirkt da denn das Thema Standards? Also wie gesagt, Sie kennen das sicherlich alle, es ist nicht nur schwierig, das Rad den Berg hoch zu rollen, sondern man hat auch das Gefühl, das Rad hier rollt eher, wenn man ein bisschen wegguckt, wieder zurück. Dann kommt so die typische Reaktion, das sind ja hier alle Lean-Profis, genau. Wir brauchen hier Standards, Standards. Jetzt Frage an Sie, haben Sie Standards in Ihrem Unternehmen? Haben Sie Standards? Wie klappt das bei Ihnen mit den Standards? Werden alle eingehalten, das ist ja wunderbar. Das ist immer so die, das ist meine Angstantwort, wissen Sie, da habe ich immer, aber ehrlich gesagt, ich habe noch keine Gruppe erlebt, bei der diese Antwort kam. Insofern, vielen Dank, bin ich ganz beruhigt, dass das bei Ihnen auch so ist wie bei uns. Aber es gibt dann, es gibt dann die nächste Stufe und die passiert eigentlich auch überall. Dann kommt in der Regel hier so ein Ruf von der Seite, in der Regel vom Top-Management. Und der heißt dann, mehr Disziplin. Zu mehr Disziplin. Und dann nochmal so eine persönliche Frage. Ah, sorry. Ja klar, danke für den Hinweis. Da hat irgendjemand hier den Prozess verändert. Wahrscheinlich ich selber. Nochmal eine persönliche Frage, brauchen Sie mir nicht beantworten. Es gibt ja Standards im Straßenverkehr. Also, wenn Sie nachher hier vom Parkplatz fahren, 50. Sie wissen doch noch gar nicht, warum lachen Sie schon. Also 50, Standard ist 50. Und es gibt auch viele Aufrufe zur Disziplin. Wenn ich Ihnen jetzt garantieren würde, in Deutschland, unter Garantie, gebe ich Ihnen Brief und Siegel, keine stationären und mobilen Blitzer. Wie handhaben Sie das heute auf der Heimfahrt? Sie brauchen mir das nicht beantworten. Sie brauchen mir das nicht beantworten, ja. So war das bei uns auch. Und da haben wir uns gedacht, da müssen wir was ändern. Genau, da müssen wir Blitzer einführen. Und diese Blitzer, als wir die eingeführt haben, die haben wir Handschuhs genannt. Diejenigen, die schon in dem Handschuh-Segner waren, die kennen das schon. Ja, die haben wir dann hier hingestellt. So, hier. Mit dem Thema Kontrolle, ja. Also, um Standards einzuhalten, brauchen wir Disziplin. Damit das mit der Disziplin funktioniert. In Deutschland sind wir ja sehr so disziplinorientiert, ja. Der Ruf nach Disziplin, da gab es auch so ein Buch, vor zwei Jahren, glaube ich. Und damit Disziplin funktioniert, brauchen wir Kontrolle. Also, Bestrafung. Oder man könnte, das ist aber dann wieder ein eigenes Thema, man könnte auch sagen, es geht hier dann nur über extrinsische Motivation, die kann positiv oder negativ sein, oder Bestrafung. Oder wir können halt auch Geld dafür zahlen, damit das funktioniert. Frage jetzt an Sie. Wir hatten ja gesagt, Erfolg ist Fähigkeit, mal Motivation, mal Anzahl der Beteiligten. Was glauben Sie, hier in diesem System, wie steht es da mit dem Thema Motivation? Toll, ne? Toll, ja. Was glauben Sie, wie viele wollen da mitmachen? Alle? Je nach Schmerz, weil wir, ja, läuft asymptotisch gegen Null, ne? Wenn wir jetzt sagen. Ja, also zumindest mal zwei Faktoren Null, Erfolg wird schwierig, ja. Ich zeige Ihnen jetzt, wie ich gelernt habe, wie das anders laufen kann. Und da gibt es ein Beispiel hier aus dem Bereich Motorenbau. Den verantwortet der Herr Hückert, der ist auch da. Also, ihn können Sie nachher fragen, wie es wirklich war. Ich erzähle Ihnen jetzt, wie ich das erlebt habe. Und da sieht das so aus, das ist hier so ein Blick in den Motorenbau. Wie Sie hier sehen, da gibt es diesen Weg hier in der Mitte. Hier, ja, und da stehen so verschiedene Anlagen. Sie sehen das Layout hier auf der rechten Seite. Sehen Sie da? Also, da ist eine Anlage hier vorne, da ist eine Anlage, hier gibt es nochmal eine Anlage, hier gibt es eine Anlage, da so, und da geht es, und es geht uns jetzt hier um den, um diesen Logistiker, der steht hier, der kleine Logistiker, ja, schiebt seinen Wagen da durch die Abteilung. Und das war, ich weiß nicht mehr, wann das war, das war Anfang letzten Jahres vielleicht, da kam der Hückert zu mir und sagte, ich habe ein Problem an meinen Anlagen, insbesondere hier vorne, hier habe ich ein Thema mit dem OEE-Problem hier an dieser Stelle. Und er sagte, also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das hat irgendwie was mit der internen Abteilungslogistik zu tun. Und ich sagte, ja, klar, glauben wir es nicht schlecht, go and see, können wir da mal Fakten dran kriegen. Dann sagt er, ja, ich werde jetzt hier vorne mal eine Erfassung einführen an diesen Anlagen und die Bediener aufschreiben lassen, wann immer es ein Problem mit der Teileversorgung gibt. Und dann können die da so eine Strichliste machen. Und dann hat er hier so eine Strichliste eingeführt. Ich zeige Ihnen die schnell hier. So, und da sehen Sie auf der linken Seite, Sie brauchen das jetzt, das brauchen wir nicht genau lesen, auf der linken Seite sind die ganzen Ursachen oder die ganzen Fehler, die möglich sind in der Logistik. Und rechts sind dann die Tage, so die Monat, 1 bis 31, und die Bediener haben immer Striche gemacht. Und das hat er, glaube ich, so zwei Monate gemacht. Und da sind richtig viele Striche drauf, wie Sie sehen. Da passiert jeden Tag eine ganze Menge, das kann ja nicht funktionieren mit dem OEE. Und irgendwann hörten dann die Striche auf auf dieser Liste. Und dann stand oben rechts, im Eck hatte der Bediener was hingeschrieben. Wir haben leider das Originalblatt nicht mehr. Wirklich schade. Aber der hatte da wirklich wortwörtlich draufgeschrieben, was Sie hier sehen. Kein Bock mehr, da passiert eh nichts. Und hat dann aufgehört mit der Erfassung. Und dann kam der Herr Ueckert wieder zu mir und sagte, ich muss jetzt mal mit diesen zwei Logistikern sprechen. Also das ist Zweischichtbetrieb. Die sind dann in Wechselschicht. Er sagt, ich muss mit denen sprechen. Das geht ja überhaupt nicht hier. Und ich hatte so das Gefühl, er hat so im Sinn das, was der Kollege Bernd Mittelhuber immer so Wohlfühlgespräch mit Lichttherapie nennt. Kommen Sie doch mal in mein Büro. Und ich sage dann, okay, ja, die Situation ist inakzeptabel, aber Moment, das ist doch jetzt eine Chance. Und wir hatten damals die Verbesserungskatter, so wie wir im Bild heute Morgen gesehen haben, haben vor allem die Handschos oder Inselverantwortlichen angewendet im Prozess. Das waren jetzt ja direkte Mitarbeiter im Logistikprozess. Da sagte ich, hey, das ist doch jetzt eine Chance. Da können wir mal einsteigen in das Thema Mitarbeitereinbindung. Sprich doch mal mit den zwei und sag, okay, Situation inakzeptabel, aber da könnt ihr jetzt doch euren eigenen Prozess verbessern und ich helfe euch. Und er hat das Gespräch dann nicht geführt. Ich war auch nicht dabei. Er kann das sicher besser erzählen. Ich sage es nur, was bei mir angekommen ist. Er sagte dann wohl, okay, so wie man das eben lernt, wie findet ihr diese Situation? Was sollten die zwei schon sagen, wenn der Chef sagt, wie findet ihr diese Situation? Ja, schlecht. Dann hat er gesagt, okay, ja, können wir so nicht lassen. Aber wollt ihr nicht den Prozess verbessern? Ich helfe euch. Überlegt doch mal, wie ihr da vorgehen wollt bis morgen. Die zwei waren sehr verdutzt und haben sich dann überlegt bis zum nächsten Tag und kamen dann und sagten, also wir haben uns Folgendes überlegt. Wir wollen hier als ersten Schritt mal getrennte Erfassungen nach Schichten. Denn, sagte der eine, also wenn hier der Kollege Frühschicht hat und ich habe Spätschicht, da sieht es ja mal aus wie Sau. Und ich muss erst mal eine halbe Stunde aufräumen und dann bin ich sowieso eine halbe Stunde hinterher und dann sagt der andere, Moment, also wenn ich und, ne, Sie können sich das vorstellen. Und da hat der Herr Ueckert einen wichtigen Satz gesagt. Er sagte, es geht hier nicht um Schuld. Ihr könnt alles machen, aber nicht getrennt erfassen. Der nächste Zielzustand ist, keine Striche auf der Liste. Wir hatten vorher die Diskussion, oder war die Frage, können die Mitarbeiter unterscheiden, Ziele, Zielzustände und wenn wir da jetzt noch mit Zielzuständen anfangen, verstehen die das? Unsere Erfahrung ist, die verstehen das viel besser als das Thema Ziele. Also stellen Sie sich vor, wir wären da jetzt gekommen, hier wie wir ganz am Anfang gestartet sind und Abteilungsversammlung gemacht, meine Herren, wir haben hier ein OEE-Problem. Strengen Sie sich mal an. OEE muss wieder auf, keine Ahnung, 82%. Glauben Sie, die hätten das verstanden? Das hier, keine Striche auf der Liste, versteht jeder. Dann haben die angefangen, in dem Prozess zu arbeiten. Der Herr Ueckert hat die so in die täglichen Coaching-Zyklen genommen. Erster Schritt, Situation verstehen. Wir haben erstmal gelernt, wie man den Prozess beobachtet. Wir haben die Tätigkeiten mal aufgeschrieben. Ich habe da jetzt nicht jeden Schritt dabei, aber die haben solche Listen gemacht. Hier sehen Sie, das sind Uhrzeiten, hier auf der linken Seite, hier auf der rechten Seite. Also hier, da haben Sie dann diese Tätigkeiten gelistet. Schnell rein. Ja, da sind die Tätigkeiten. Haben das dann über mehrere Tage gemacht und haben dann festgestellt, da gibt es ja eine Reihenfolge. Und dann haben Sie angefangen, das mal farblich zu markieren. Und Sie sehen das schon hier. Da gibt es hier so wiederkehrende Dinge. Und irgendwann entstand daraus dann ein Fahrplan. Und dann hieß der Zielzustand auch nicht mehr, keine Striche auf der Liste, sondern hier hieß der Zielzustand plötzlich, wir versuchen diesen Fahrplan einzuhalten. Und ich habe dann einen solchen Coaching-Zyklus beobachtet. Und dann, als der Herr Hückert die Frage stellte, wie ist die aktuelle Situation? Er sagte die beiden, ja. Also heute, heute war es schon ganz gut. Wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt. Wir waren noch zweimal, das war irgendwie hier und da, wir waren noch zweimal fünf Minuten zu spät. Aber das kriegen wir auch noch hin. Und ich dachte so, oh, was ist denn jetzt hier los? Also nicht so, wie wir das hier sehen, in diesem Bild. Das war ein bisschen anders. Da gab es auch so einen Berg. Einen Berg und der Prozess sollte den Berg hoch. Aber da war jetzt kein Standard hier dahinter, sondern die hatten einen Zielzustand. Oder vielleicht müssen wir besser sagen, ein Sollablaufmuster, das vor dem Prozess lag. Also wir sind noch nicht da. Wir schaffen das schon teilweise. Zweimal noch fünf Minuten zu spät. Aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ganz andere Motivation. Und die zwei, die standen eher so hier. Und haben mit großem Spaß hier versucht, den Prozess da ein Stückchen näher hinzubekommen. Ein Stückchen näher hin. Total spannende Sache. Und diejenigen von Ihnen, die das Buch Talent Code gelesen haben, kennen das wahrscheinlich. Zielzustände, vielleicht sollten wir die verstehen als Muster. Vielleicht sogar Muster im Kopf. Ein Bild, das wir sehen, wo wir den Prozess hinhaben wollen. An dem wir aber noch nicht sind. Und das beste Beispiel, das ich dafür gefunden habe, das ist im Übrigen auch am Anfang vom Talent Code erwähnt, ist in der Musik. Also da gibt es ja schon einen, man könnte jetzt sagen, einen Standard. Da gibt es die Noten. Und da gibt es ein Klangbild, das da entstehen soll. Und das haben wir vielleicht im Kopf. Aber wir sind noch nicht da. Also ich spiele Geige und ich kann Ihnen sagen, da bin ich noch weit weg von diesem Sollablaufmuster. Und das Interessante ist, das ist ganz natürlich. So lernen Menschen. Und ich zeige Ihnen ganz schnell jetzt, ich hoffe das funktioniert hier, ein kleines Video von meiner älteren Tochter, sechs Jahre alt, sehen Sie hier. Und die hatte da im Kindergarten, da war sie noch im Kindergarten, ist sie im Herbst in die Schule gekommen, ein Kinderlied gelernt und das hatte sie im Kopf, ein Muster. Und dann hat sie angefangen, am Klavier das zu üben. Das ist glaube ich so ein Volkslied, aber die haben das im Kindergarten irgendwie umgemodelt. Und so, jetzt schauen wir mal schnell hier, ob das klappt. Mal schauen, ob Sie das Muster auch hören und ob Ihnen dann was auffällt. Mal gucken hier, dass wir den Ton hinkriegen. Ja, Moment, ich mach das nochmal. So, mal von vorne. Haben Sie gemerkt, wo sie gelernt hat? Haben Sie es gemerkt? Nochmal. Da. Und das ging die ganze Zeit so, bis sie das Lied drauf hatte. Und verstehen Sie jetzt, also für Sie ist das jetzt, den Zielzustand, den Sie da im Kopf hat, das Muster ist angemessen. Jetzt als Coach könnten wir uns vorstellen, okay, zweihändig, ne? Können Sie sich vorstellen, wer das anhört? Okay. Können Sie sich vorstellen, Sinfonieorchester? Also ich meine jetzt zum Nordstern, One Piece Flow ist noch viel Platz, ja? Sie hat jetzt gerade dieses Muster im Kopf, passt völlig für Sie und sie lernt da. Das heißt, sie lernt an der Abweichung und kann sofort korrigieren. Und wenn Sie Musiker beobachten und wenn die üben, dann schreiben die sich ja so Dinge ins Notenblatt rein. Und in diesem PDCA-Cycle, da steht ja auch das A, ne? Für ACT. Und da reden wir auch oft, also bei uns steht da Fixierung drin. Und das ist ja auch immer so ein Diskussionspunkt. Was heißt denn jetzt Fixierung? Das ist doch jetzt wieder Standard, oder? Vielleicht sollten wir das mehr so verstehen, wie das, was die Musiker sich über die Noten drüber schreiben. Also wir haben es jetzt gelernt und jetzt schreiben wir uns das rein und beim nächsten Durchlauf ist das im Muster drin. Also hier, beim nächsten Durchlauf, arbeiten wir das gleich hier in unser Muster wieder ein, passen das Muster an, verschieben vielleicht den Zeitbalken ein kleines bisschen nach da. Ich glaube, so sollten wir Standards verstehen. Und das Zweite, was wir hier sehen, das war das, was die Frau Meier vorher sagte. Lernprozess erfordert Feedback. Also stellen Sie sich vor, wir hätten das jetzt anders gemacht. Wir hätten gesagt, also hier, Lilian heißt sie, ja. Lilian, übe bitte das Stück. Wir setzen dir aber hier so Ohrschütze aus der Produktion auf. Nehmen das auf und in zwei Wochen, wenn dann die Monatsauswertung der Kennzahlen aus dem Controlling kommt, spielen wir das vor und dann bitte lerne. Also wenn Sie das nächste Mal im Monatsmeeting die Controllingzahlen durchgehen, denken Sie nochmal an das Video, ja. Wie soll da Lernen funktionieren? Keine Chance. Keine Chance. Okay, soweit zum Thema Standards. Acht Minuten noch, ne? Gehen wir mal in das Thema Coaching als nächstes. Der Coach, die neue Rolle für die Führungskraft. Und ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die uns aufgefallen sind, worauf der Coach achten sollte. Und ich möchte beginnen mit den fünf Fragen, die Sie sicherlich alle kennen. Wenn Sie das Kata-Buch gelesen haben, heute Morgen in den Beispielen von Gerd Aulinger, waren Sie ja unterschwellig drin. Ich möchte sie trotzdem nochmal hier schnell auflegen. Die sehen Sie hier auf der linken Seite. Und am Anfang war ich der Meinung, diese fünf Fragen, die sind für den Mentee. Also die stellen wir, damit wir den Mentee anleiten können. Ich glaube, das ist anders. Die fünf Fragen sind der Merkzettel für den Coach. Und da sind so ein paar Worte drin, die sind jetzt hier großformuliert. Das sind meine Merkworte. Also Sie können da andere und so haben, aber das sind meine. Im ersten steht drin, was ist der Zielzustand? Zielzustand ist groß, es muss immer einen Zielzustand geben. Achtung. Wenn du an den Prozess gehst und nicht, wie läuft es denn heute so? Da ist es ein bisschen dunkel hier. Nein. Was ist der Zielzustand? Für den Prozess. Zielzustände sind für Prozesse. Es muss einen Prozess geben. Wie ist die aktuelle Situation? Aktuell, ist klar. Heute nicht. Also der Schnitt der letzten drei Monate der Produktivität an dieser... Heute, aktuell. Welche Hindernisse halten uns von der Erreichung des Zielzustands? Da ist es wieder. Ab. Also Referenz. Es geht um Hindernisse. Es geht nicht um Auffälligkeiten. Das war die Karte... Wie heißt das? Cutter Field Map. Cutter Field Theory. Es geht nicht um irgendwelche Auffälligkeiten, die da außen rum sind. Es geht um diese Hindernisse, die uns abhalten vom Zielzustand. Und welches eine gehen wir als nächstes an, kam vorher bei Ihnen vor. Damit die Experimente sich nicht gegenseitig beeinflussen. Und dann kommt die Frage 4. Und da steckt das Thema mit der Ursache drin. Was ist deshalb der nächste Schritt? Also nicht, was ist dein nächster Schritt? Sondern was ist deshalb der nächste Schritt? Da muss es eine logische Begründung geben. Und was erwarten wir dann? Also es geht nicht um probieren, sondern es geht um experimentieren mit einer Hypothese, wie Sie vorhin sagten. Und dann falsifizieren der Hypothese, die wir da haben. Und zum Schluss hier das Thema heute. Das Thema heute. Es geht darum, schnell zu sehen. Denn wenn wir über Hypothese und Experiment arbeiten, könnten wir ja falsch liegen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar, wie wir heute gemerkt haben. Also müssen wir schnell wissen. Kleine Schritte. Und vielleicht das nur an der Stelle eingeschoben. Warum sind kleine Schritte so wichtig? Risikominimierung. Wir lassen den Mitarbeiter gehen. Da können wir nicht, da darf nicht irgendwas passieren. Der zweite wichtige Aspekt ist, Motivation beim Mentee. Also wenn ich sage, machen Sie mal. Nutz, mach mal. Und für den guten nächsten Schritt. Und in vier Wochen sprechen wir wieder. Und in vier Wochen komme ich und stelle fest, er war stets bemüht. Aber leider in der falschen Richtung. Und ich sage ihm dann, tut mir leid, müssen wir nochmal. Dann wird er sagen, tolle Methode, aber taugt irgendwie nicht. Und das dritte ist, und ich glaube, das ist der wichtigste. Wir müssen täglich coachen, damit der Coach lernt. Verstehen Sie, wir arbeiten ja mit Menschen. Und mit Menschen ist das ja nicht so, Schalter umlegen und morgen ticken die anders. Und es könnte ja auch sein, ich habe im Coaching einen Fehler gemacht. Ich habe den, ich habe ihn in die falsche Richtung gelenkt. Wie soll ich denn da lernen, wenn ich erst in vier Wochen wiederkomme? Kurze Zyklen, damit der Coach lernt. Und im Grunde genommen ist das hier wie die Grammatik. Und wir hatten heute Morgen den Punkt, die Kata lernen, um sie zu vergessen. Total klasse, ja. Genau darum geht es, intuitiv. Aber da liegt auch eine Gefahr, denn ich habe das jetzt heute auch wieder gemerkt. Am liebsten würden wir die gleich am Anfang schon wieder weglegen, diese fünf Fragen. Also es geht um Intuition. Das soll eher Grammatik sein. Also die deutsche Grammatik, vor allem ich, ich kann sie nicht erklären. Aber ich glaube, ich kann es halbwegs passabel, so einen Satzbau hinkriegen. Irgendwie ist das drin, ohne dass ich sie je gelernt habe. Das sollte eher so sein. Es sollte nicht sein, okay, die fünf Fragen habe ich mir durchgelesen, jetzt lege ich sie weg. Grammatik. Und ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Was passiert, oder was passieren kann, wenn wir die fünf Fragen nicht anwenden. Schauen wir mal schnell hier. So. Kurz hier rein. So, das ist jetzt hier in einer Montage, auf der Rechtsseite sehen Sie Montageinsel. Die sieht im Layout so aus, wie Sie hier unten sehen. Und da geht es um einen Logistiker, der außenrum diese Insel versorgt. Und da geht es so um Zykluszeit, wie viel Aufwand hat der und solche Dinge. Ich zeige Ihnen das mal ganz schnell hier. Mal im nächsten Schritt. Da müsste man fast das Licht ein klein bisschen dunkler machen. Geht das nochmal? Einfach das, sonst sehen wir da nichts. Danke. Also. Wir stellen auch fest, es gibt in den Zielzuständen in der Regel so einmal das angestrebte Ergebnis und dann gibt es den Prozess und in dem Prozess eine Prozesskennzahl. Wahrscheinlich können Sie es schwer kennen. Aber das hier ist eine Ergebniskennzahl. Da steht drin, Ziel ist hier 5% Logistikanteil. Also das Verhältnis direkt zu Indirekta an der Insel. Und das Zweite, was es hier gibt, ist dann hier eine Rundenzeit für den Logistiker. Und die sollte hier zwischen 4 und 6 Minuten dauern. Jetzt habe ich Ihnen einen kurzen Auszug aus einem Gespräch, das tatsächlich gelaufen ist. Da steht hier... Schade, dass man das hier nicht sehen kann. Moment. Okay, ich lese es Ihnen vor. Also der Coach sagt, wie ist der Zielzustand? Frage 1, ja. Der Mentee sagt, Logistikanteil 5%. Dazu müssen wir eine Rundenzeit von 4 bis 6 Minuten erreichen mit einem Mitarbeiter. Coach sagt, wie ist die aktuelle Situation? Mentee zeigt auf das Chart hier oben. So. Dann fragt der Coach, was war dein letzter Schritt? Okay, gängige Frage. Mentee geht zum Prozess und zeigt das hier und sagt, ich habe die Bereitstellung für die Stellschrauben verbessert. Schau hier. Zeigt das. Da ging es so um Zuführung und wie lange braucht der Logistiker, um das in die Insel zu füllen. Der Coach sagt, jetzt kommen wir genau an den Punkt, es war heute Morgen super klasse. Als Gerd fragte, was ist die nächste Frage, dann sagt jemand, ja, was ist dein nächster Schritt? Und genau das hat er da gefragt. Keine Referenz nochmal zur aktuellen Situation. Er fragte, was ist dein nächster Schritt? Und dann sagte der Mentee, ja, ich werde die Bereitstellung für die Zapfen verbessern. Merken Sie es, wo es schwierig geworden ist? Ja, das ist jetzt so die Nasenring-Situation. Er führt ihn jetzt von Maßnahme zu Maßnahme. Gemerkt? Also er kam jetzt von einem Schritt auf die nächste Maßnahme. Wir sind jetzt nicht mehr. Was ist das nächste Hindernis? Abweichung zum Zielzustand. Was wäre besser gewesen? In der Ist-Situation, schau mal, wir haben doch hier vorne zwei Runden. Die waren deutlich länger, die hier oben, die da, die waren deutlich länger als die anderen. Was hält uns denn davon ab, den Zielzustand zu erreichen? Also genau das Beispiel, was wir heute Morgen hatten, genau so passiert. Die fünf Fragen sind ein Merkzettel für den Coach. Es geht um Hindernisse. Was hält uns ab, den Zielzustand zu erreichen? Es geht nicht darum, die nächste Maßnahme zu sehen. Fünf Fragen stellen. Wir fragen, um die Methode zu vermitteln. Wenn wir die Methode vermitteln wollen, müssen wir aber lösungsoffen sein. Also wir haben am Anfang auch genau diese fünf Fragen so verwendet. Und wir sind auch der Meinung, man sollte sie wirklich so verwenden, damit der Coach sich das merken kann. Aber da liegt eine weitere Falle drin. Denn in der Regel ist es ja so, dass in dem Verhältnis Mentor-Mentee, der Mentor die direkte Führungskraft ist. Und ganz klassisch, oft auch der ist, der sich im Prozess zumindest am Anfang mal besser auskennt. In vielen Produktionsbereichen, gerade dort, wo wir aus so klassischen Meisterstrukturen kommen, ist das so. Und was passiert dann typischerweise? Der Coach hat schon die Lösung im Kopf. Er sagt dann, okay, was ist deshalb dein nächster Schritt? Ja, so. Ah, können wir das nicht auch anders machen? Überleg doch nochmal. Ja, könnte man auch so machen. Ja, nee, überleg nochmal. Das machen sie dann genau fünfmal. Dann sagt der Chef, sag mir doch einfach, was du willst. Sie lachen jetzt, aber das ist genauso passiert. Und die Falle ist immer wieder da. Sie glauben gar nicht, wie schwierig das ist, in Prozessen zu coachen, in denen man sich auskennt. Wir müssen lösungsoffen coachen. Und ich will Ihnen jetzt ein klein bisschen, einen Trick zeigen, wo ich sage, okay, in der Richtung könnte das vielleicht funktionieren. Nein, habe ich noch ein bisschen? 32 Minuten habe ich jetzt. Darf ich noch ein bisschen? Also wir wollen nicht auf die Lösung. Und wir hatten heute Morgen die Diskussion nach der Ursache. Und ich glaube, da ist auch noch ein Denkfehler, den wir machen. Es geht nicht darum, dass der Coach die Ursache findet. Es geht darum, dass der Coach dem Mentier hilft, die Ursache zu finden. Und was mir immer hilft, ist das Bild des Trichters. Also wenn wir uns das methodische Vorgehen auf der Suche nach der Ursache, also hier unten wahre Ursache als Trichter vorstellen. Und die wahre Ursache kommt da raus. Und wir kommen hier von den Hindernissen. Und wir werfen jetzt ein so ein Hindernis hier rein. Dann glaube ich, dass wir vielleicht mal versuchen könnten, nicht fünfmal warum zu fragen. Also nicht 5w, sondern 3w. Und das erste sollte sein, den Ort einengen. Also die Frage, wo? Wo passiert das? Hier Ursachen. Ursachenort. Dann auf dem Weg dahin. Wann passiert das? Aktuelle Situation, ne? Können wir das sehen, wenn es passiert? Jetzt ist es passiert. Ist schon deutlich besser als, ja, also die Gegenschicht hat mir erzählt, gestern Nacht ist es wieder dreimal passiert. Können wir vergessen, ja? Funktioniert nicht. Und dann weiter auf dem Weg kommt dann, warum passiert es, ja? Und einer im Team hat auch diese Aussage geprägt. Er sagte, wir sollten den Fehler einschalten können. Ist von dir, Karten, ne? Einschalten können. Und da kommt jetzt wieder dieses Thema experimentelles Vorgehen ins Spiel. Und ich möchte Ihnen das jetzt auch hier nochmal an einem Beispiel zeigen. Sie kennen, die meisten kennen wahrscheinlich das Fuchs-Müller-Spiel aus dem Buch, ne? Ich probiere hier nochmal was schnell. Irgendwie hat der sich umgeschaltet. Sonst sehen Sie nicht alles da drauf. Sorry. Jawohl, besser. Es ist ein super Ding. Ich weiß gar nicht, wie lange Toyota daran gefeilt hat, bis sie das hatten. Da hat man, finde ich, immer wieder was. Denken Sie jetzt an den Trichter. Also, ich habe das aus mehreren dieser Abschnitten zusammen kopiert. Erster Satz. Frau Fuchs schlug Herrn Müller vor, den Montageprozess der Innenverkleidung zu beobachten. Also, die wissen, es geht um Innenverkleidung. Wir kommen hier rein. Hindernis, Innenverkleidung. Nachdem Frau Fuchs und Herr Müller im Anschluss mehrere Montagezyklen des Mitarbeiters beobachtet hatten, fragte Frau Fuchs Herr Müller, ob er etwas beobachtet hatte. Welche Hindernisse halten uns ab, den Zielzustand zu erreichen? Sie merken es? Was möglicherweise ein Problem für die Montage sein könnte. Herr Müller sagte, für ihn würde der Prozess normal ablaufen. Er könnte keine Abweichung vom Arbeitsstandard erkennen. So, und das ist jetzt ein ganz normaler Fall. Und was dann oft passiert, wenn Leute das anfangen zu coachen, die sagen dann, dann geh noch mal gucken. Der war aber schon gucken. Guckt er noch mal, kommt er wieder? Ich habe nichts gesehen. Geh noch mal gucken. Und irgendwann sagte er, Chef, Schnauze voll. Das heißt, Coaching heißt nicht, die Leute da so lange zappeln zu lassen, bis sie irgendwann draufkommen oder sterben. Sondern Coaching heißt, Fähigkeiten entwickeln. Das heißt, mit jedem Zyklus müssen wir dem Mentee helfen. Das ist die Aufgabe des Coaches. So, jetzt wie hilft sie ihm? Trichter. Frau Fuchs bat ihn noch einmal zu beobachten, sich aber diesmal darauf zu konzentrieren, welche Handlung der Mitarbeiter vornimmt, um die Mutter auf den Bolzen zu montieren. Denn sie weiß ja, es geht um die Gewindebolzen. Und jetzt wendet sie den ersten Schritt im Trichter an. Ort einengen. Wo passiert es? Erster Schritt. Gucken Sie mal jetzt nur auf diesen Abschnitt. Er hat wieder gesagt, ich sehe nichts. Harter Fall hier. Und dann sagt sie, Frau Fuchs schlug vor, nochmals vor Ort zu gehen, um einen näheren Blick darauf zu werfen, was die Mitarbeiter taten und was die Umstände waren, wenn das Gewinde beschädigt wurde. Wann passiert es? Merken Sie? Das ist ja eingebaut. Als ich das da drin entdeckt habe, habe ich gesagt, Mensch, Toyota, unglaublich in dieser Schulung, was die da alles drin haben. Der Trichter ist eingebaut. Also wo? Wann? Warum passiert es? Und dann, das finden Sie auch in dem Beispiel, ich habe es jetzt nicht dabei, dann machen die ein Experiment, um es selber zu verstehen. Und dann merken Sie, stimmt, da gibt es so ein Gefühl, wenn man die Mutter auf den Bolzen aufsetzt. So. Soll ich... Noch ein kleines Beispiel und dann Schluss? Einen haben wir noch? Okay, ich zeige Ihnen jetzt nochmal ein kleines Beispiel. Aus einem Logistikprozess, weil oft auch die Frage kommt, Zielzustand, was ist denn der nächste Zielzustand? Hatten wir ja heute Morgen auch uns so angeschaut. Und es gibt natürlich einmal die Dimension, die wir jetzt heute Morgen diskutiert haben, Zielzustand für diesen Prozess. Das andere, was wir aber berücksichtigen müssen, ist die Fähigkeit des Mentees. Also das, was vielleicht für Sie völlig in der bekannten Zone ist, oder so gerade am Anfang der Lernzone, sagen Sie, hey, das macht Spaß, kann für mich schon in der totalen Panikzone sein. Also Zielzustände, es geht nicht nur um den Prozess, es geht auch um die Fähigkeit des Mentees. So, hier im Logistikprozess bei uns, oben sehen Sie so einen Überblick über die Montagehalle, ziemlich verwirrend, da stehen lauter solche Montageinseln drin, die sind hier grün und blau markiert, und es geht darum, das Material, das Zuliefermaterial in dieser Halle zu verteilen. Gehen wir mal schnell an die Coaching-Tafel. Oben links hängt das Standardblatt, das Formular für die Zielzustände, da steht Zielzustand, Belieferung aller Montageinseln mit einem Mitarbeiter, feste Route, Rhythmus alle 30 Minuten, Rundenzeit 20 Minuten. Und dann sehen Sie hier unten auf der rechten Seite nochmal dieses Layout, und nur zur Verdeutlichung, da ist jetzt hier so eine Route eingezeichnet, wie der da fahren soll, also der soll dann hier so durchfahren. Das ist auch Teil des Zielzustandes. Also wir merken, das Muster detailliert sich, das haben wir nicht gleich am Anfang definiert. So, dann haben die Mitarbeiter damit gearbeitet, auf diesen Zielzustand hin, und haben dann hier, irgendwann sind sie drauf gekommen, hier dieses FTS einzuführen. Da ist dann auch das Thema, wie rechnet sich das da reingekommen, schaffen wir jetzt zeitig nicht da reinzuschauen, passt aber in den Zielzustand, damit sich das amortisiert, welche Rundenzeiten mit welchen Mitarbeiterzahlen müssen wir erreichen. Und da ging es natürlich darum, dieses FTS da durch die Halle fahren zu lassen. Also hier unten links das FTS, und das fuhr dann an dieser Linie lang, und also, das sind alles keine Ingenieure. Wir reden jetzt nicht über die Produktionsplanungsabteilung, wir reden über die direkten Mitarbeiter im Prozess, die daran gearbeitet haben. Und es war natürlich schwierig, da das so hinzubekommen, dass das nicht hängen bleibt, und da durchging, haben die viel experimentiert, und ich zeige Ihnen jetzt mal ein Bild. Da ist es mir gelungen, die Verbesserungskata zu fotografieren. Das ist das erste Bild, das wir im Werk von der Verbesserungskata haben. Es ist ganz schwierig, die Kata zu fotografieren. Können Sie die sehen? Sehen Sie die? Oben links im Bild ist sie. Oben links im Bild ist die Kata. Wer sieht sie? Ja, schauen Sie mal hier, da sieht man jetzt jeden Zyklus hier. Die haben die Linie verlegen müssen, damit der Wagen die Runde schafft. Sehen Sie? Erster Versuch. Ja, zweiter Versuch. Ich weiß jetzt nicht, wie die Reihenfolge war. Dritter, vierter, fünfter. Jetzt haben wir es. Sehen Sie? Kata fotografiert. Einzigartiges Bild. Und da hatten wir ein Thema hier mit dem, es ging dann weiter, nachdem Sie die Route hatten, nachdem Sie die Route hatten, ging es dann natürlich darum, diese Zeiten zu erreichen und auch die Anzahl der Mitarbeiter zu erreichen. Und dann sagte mir der Coach dort, als ich das beobacht hatte, sagte, ich komme hier mit dem Mentee nicht voran, der sieht das einfach nicht. Ich muss dem jetzt mal ein paar Lösungen geben. Moment, Moment, Moment. Wo, also in unserer Kata, wo steht der Mentee? Ja, der versteht die aktuelle Situation nicht. Und da haben wir gesagt, gut, nächster Schritt, wir machen eben den Zielzustand mal kleiner und haben gesagt, wir nehmen nur mal die erste Insel. Also schauen wir nochmal schnell ins Layout hier rein. Wir nehmen hier die erste Insel. Kurz reingucken hier. So, wir nehmen nur mal hier die erste Reihe, diese Strecke hier. Ja, diese Strecke auf der linken Seite und die bitte mal bearbeiten. Und haben dann dafür einen Zielzustand definiert. Also es gab jetzt den Übergeordneten zwischen mir und dem Abteilungsleiter und dann zwischen ihm und seinem Handschuh gab es dann den da drunter und der sah dann so aus. Sehen wir hier. Jawohl. Belieferung nur der ETS-Insel, das ist eben das Produkt, in 30 bis 40 Sekunden, also Schwankungsbreite vorgegeben, feste Route, Rhythmus alle 30 Minuten, denn das ist ja im Rahmen der Gesamtroute und für den Abschnitt, den das FTS da fährt, da war dann diese Gesamtbiege 2,5 Minuten. Also näherer Zielzustand. Und dann hat er angefangen, das zu beobachten und wir haben dann gemerkt, plötzlich fängt er an, die Dinge zu sehen. Das heißt, wir müssen die Zielzustände einstellen auf die Fähigkeit des jeweiligen Mentees. Und genau mit dem Handschuh ist mir neulich was total Cooles passiert. Da bin ich durchs Werk gegangen und sah ihn da mit seinem FTS und dann habe ich ihn gefragt, und wie läuft es denn so mit dem FTS? Weil ich bin jetzt ja nicht, ich war jetzt nicht sein direkter Coach, dann hat er ja kurz nachgedacht, fing schon so an und dann sagt er auf einmal, ach komm, lass uns die fünf Fragen machen, dann kommen wir hier zügig und strukturiert durch. Okay, klassischer Fehler von mir. Perfekt, ja. Also in diesem Sinne, so viel mal einige Eindrücke, das könnten wir jetzt noch eine ganze Weile weitermachen. Ich hoffe, Sie haben meinen ersten Eindruck davon bekommen, wie Tata und Coaching bei uns in der Praxis funktioniert. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus